2014 im Donbass hat der Krieg ja begonnen, wissen wir ja alle, deswegen sind wir auf die Straße gegangen. Montags Mahnwachen ist ja auch Teil dieser ganzen Story. 2012 kam das Buch, 2014 kam erstmals Lars Mehrholz zu mir, hat gesagt, möchtest du eine Rede halten, wo Ken Jebsen, wo sie alle noch da waren, Andreas Popp und so weiter. Und diese Leute haben mittlerweile das Land verlassen. Das ist schon erschreckend, was aus Deutschland geworden ist. Nur der Unterschied zwischen damals und jetzt ist der, und jetzt kommt's, es ist ein Framing mittlerweile entwickelt worden, da kann selbst, weiß ich nicht, ich will ja nicht irgendwelche Wörter sagen, sonst kommen sie sich gleich wieder verhaften, aber dass die Propaganda so einen Ausmaß annimmt, habe ich selber nie gedacht. Und deswegen hatte ich ja vor kurzem mal in einem Video von mir, in meinem Format, was dazu gesagt. Ich war mehr als erschrocken, ich war auf dem Dachboden und finde einen alten Artikel, Goldseitenblock aus dem Jahre 2010 von mir. Und dieser Artikel hieß, die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen. 2010, dachte ich, das ist ja ein Ding, hast du das schon geschrieben? 2012 kam das Buch und dann habe ich auf einmal Revue passieren lassen, wie war quasi die Welt und mein Leben 2012? Und was ist seitdem passiert? Da bin ich in Ohnmacht gefallen. Da bin ich in Ohnmacht gefallen. Da bin ich ja unvorstellbar. Mann, oh Mann, die Zeit vergeht. Wirklich, ja. Zehn Jahre, die Jahrhundertlüge. Also das Jahrhundert ist noch nicht vorbei, aber vor zehn Jahren, mein lieber Heiko, hast du dieses Buch veröffentlicht. Darüber wollen wir heute reden. Vielen Dank, dass du aus deinem Domizil den weiten Weg nach Sachsen gefunden hast. Wir werden ja auch Dunkeldeutschland genannt, deswegen auch der Hintergrund entsprechend. Aber wir wollen euch trotzdem erhellen, denn vor zehn Jahren hast du angefangen, Leute aufzuklären. Das ist ja dein Werk sozusagen und das ist mehrfach wieder aufgelegt worden. Wie schaust du heute auf dieses Buch zurück? Also kurz gesagt, das hat mein ganzes Leben verändert, komplett verändert. Im Positiven wie im Negativen. Weil, ich sage mal so, ohne jetzt anmaßend zu wirken, dieses Buch hat ganz viele Menschen bewegt. Viele Menschen, meiner Meinung nach, ist ein Kultbuch. Bestseller war nie geplant. Wir sind jetzt in der 14. Auflage und es war einfach nur so, dass ich kam ja aus der Immobilienwirtschaft und habe ein super Leben gehabt, also alles perfekt. Da kam keiner, der dich irgendwie systemkonform quasi bist, der dir ein Konto kündigt oder ein PayPal-Konto kündigt. Da war alles in Ordnung und aufgrund einer sehr, sehr schweren Krankheit, an der ich fast gestorben wäre im Jahre 2012, war ja legendär, habe ich danach gesagt, okay, was würde passieren, wenn du sterben würdest? Viele sagen, ich würde eine Weltreise machen wollen, ich will endlich mal eine Traumfrau finden. Und ich habe gesagt, nee, ich will ein Buch schreiben, weil du spürst es, dass ich viele Sachen im Kopf hatte, okay? Und innerhalb vom halben Jahr, ich war am Bett gefesselt, übrigens einen langen Zeitraum, dass dieses Buch Just for Fun entstand, damals die Story. Und meine Einstellung war die, völlig uninteressant, ob einer das liest, völlig egal. Sollte das eine Art Vermächtnis sein für den Fall der Fäller, ja? Vermächtnis sein auch für meine Familie. Ich wollte einfach mal, dass ich sage, okay, dass meine Kinder haben oder groß, später wenn ich jetzt Enkelkinder habe, gucke, mein Opa hat mal damals die Gedankenwelt gehabt über unsere heutige Zeit und hat es in einem Buch niedergeschrieben, okay? Okay. War das Bedürfnis auch dadurch begründet, dass du dich zu diesem Zeitpunkt vielleicht missverstanden gefühlt hast oder nicht verstanden gefühlt hast? Ich habe mich noch nie verstanden gefühlt, weil ich muss fairerweise sagen, kommt ja nicht von ungefähr, weil seit spätestens meinem zwölften Lebensjahr habe ich mich massiv für Politik interessiert. Ein legendäres Buch war ein Buch, da ging es um die Erbornung von John F. Kennedy, das habe ich verschlungen in einer Nacht mit zwölf Jahren und ich kann mich noch gut erinnern, das war also mein Wegweiser. Und als der in der JFK-Film von Oliver Stone rauskam, 1990, habe ich im Vorfeld all meinen Leuten schon davon erzählt und ich sage, Mensch, Heiko, hat der Typ davon abgeschrieben, von dem, was du uns mal erzählt hast, weiß ich nicht. Aber die Story, die er verfilmt hat, habe ich also Jahre vorher schon in meinem Kopf gehabt aufgrund eines bestimmten Buches. 87 Barschel, ich weiß noch genau, wo ich dort war und da gab es eine Meldung im Radio, als ich mit Waffenhändlern getroffen habe, auf einmal war die Meldung weg und dann war ja die Selbstmordgeschichte. Also auf gut Deutsch, es hat mich schon immer fasziniert. Rohwetter, Herrhausen, Wendezeit und so weiter. Das war ja, also so Videos, die da verschwinden, ich glaube, das erste Video von einer Explosion im World Trade Center war ja ohne Flugzeug. Genau. Wiederholst du dich das immer wieder? Immer wieder, das ist ja langweilig aus meiner Sicht mittlerweile, weil es hat sein Leben verändert. Zum einen war das zwar interessant, das zu schreiben mit allen Widrigkeiten, weil es war ja so, muss man auch ehrlicherweise sagen, ich hatte damals schon Newsletter-Verteiler, also den hatte ich schon aus Hobby gründet. Das ist so, als ob du sagst, ich habe eine Eisenbahnsammlung und bin so ein Hobby-Eisenbahner und ich möchte meine Gedanken und die neuen Erkenntnisse mal euch mitteilen über einen kostenlosen Newsletter. Das war aber damals noch nicht so wie jetzt, wo alles sehr schnell ist im Internet. Und da hatte ich einen Newsletter-Verteiler gehabt und jetzt wurde es spannend. Ich hatte damals auf einmal eine Resonation, war alles vor dem Buch noch, 2006 sogar, glaube ich schon. War Speed Online. Denn damals kam zu mir Heiko, der Vorstand damals, kannst du für uns als Autor schreiben. Übrigens Max Otte, damals war eine große Koryphäe gewesen, ich war ja völlig unbekannt, hat dort auch als Autor geschrieben und viele andere auch, weil der fand diese Themen ganz interessant zur politischen Lage. Gold-Seiten-Blog geschrieben. Also ich war nicht unbekannt und jetzt kommst. Wir hatten ungefähr eine halbe Million Leute gehabt, die meine Publikation gelesen haben. Also war doch klar, wenn ich jetzt ein Buch schreibe, als jetzt nicht nur Nebentyp und sage, ich renne mal zu den Verlagen und sage, hallo, hier ist mein Manuskript. Als Immobilienhändler, der nur sagt, just for fun, verlegt es mal und dann ist mir egal, auf einmal sagen die, den machen wir nicht. Wieso, verstehe ich nicht. Naja, weil der Inhalt ist viel zu brisant. Ich müsste 40% streichen, sage ich mal, Moment mal, wo lebe ich denn hier? Fall Dutroux, hier stehen ja die ganzen Namen drin. Ja, aber du sagst, der Verleger sagte, ich müsste 40% streichen. Ja, will der das streichen oder denkt der, muss das, weil es von ihm erwartet wird, vom Eigentümer oder wie funktioniert sowas? Kann ich dir nicht sagen, weil es läuft ganz einfach so ab. Jeder, der ein Buch geschrieben hat, der kennt, wie mühselig das ist. Du hast ein Manuskript, du schickst das ein zu diversen Verlagen. Mittlerweile ist es so, die reagieren noch nicht mal. Damals haben die ja reagiert, schreiben dir eine Mail und sagen, abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt. Und bei einem, von dem habe ich es dann erfahren, wir würden es ja gerne bringen. Aber da müsste knapp 40% davon nicht strichen werden. Die Finanzierung der Nazis zum Beispiel ist ja ein Kapitel. Wo genau drinsteht, wer letztendlich Adolf Hitler mitfinanziert hat. Das ist ein ganz heikles Thema natürlich hier in Deutschland. Und wenn er auf einmal rauskommt, und das ist ja belegt mit selbst Mainstream-Artikeln von mir. Das ist beispielsweise ja nun damals Standard Oil, das ist ja bekannt. Kennst du das Spiel jetzt im Rockefeller-Clan? Haben die ja gehört, dass die ja letztendlich überhaupt erst ermöglicht haben, dass der Russland-Feldzug stattfinden konnte. Also ein ähnliches Spiel wie jetzt. Es gibt da ein Embargo quasi. Das wird aber unterlaufen, weil man ja trotzdem Geschäfte machen will. Also die gleichen Leute quasi, die dahinter stecken. Deswegen, wer regiert die Welt? Die Jahrhundertlüge sind immer dieselben. Ich war damals fasziniert von diesen Erkenntnissen. Und hab dann gesagt, okay, mir reicht's, ich gründe einen eigenen Verlach. Ist immer lustig, weil die immer gesagt haben, der Typ will ja nur Geld verdienen. Ich kann allen mal nur raten, na gründet mal einen Verlach, was das bedeutet. Richtig aufwendig. Du hast keine Ahnung. Du hast dann irgendwo Sachen gelagert und dann rennst du rum mit einer Briefmarke, wo eine falsche Briefmarke drauf ist. Dann sagst du, nee, du musstet ja als Buchsendung schicken. Dauert aber vier Wochen. Dann beschweren die sich. Also ich will damit nur sagen, riesen mühselig die Sache. Das ist der Vorteil gewesen. Ich war am 29.01.2013 bei Time2Do Schweiz. War noch nie vorher in irgendeinem Interview. Habe Sorgen gehabt, dass ich nicht, ob ich da reden kann. Und das war's. Also das war's im wahrsten Sinne des Wortes. Der war davon fasziniert. Der hat mich eingeladen, hat im Vorfeld ein Manuskript gelesen. Und die Leute haben uns überrannt. Wir waren innerhalb von Wochen ausverkauft. Also 14. Auflage. An jeden Verleger, der ihn abgelehnt hat, selber schuld. Und jeder, der es noch nicht hat, für die 15. Auflage gibt es sicher auch noch was zu bestellen. Und wer es schon hat und trotzdem Geld ausgeben will, da unten ist die Eingeschenkkasse. Okay. Das war der Werbeblock. Heiko, du hast mit diesem Buch dein damaliges Erkenntniskonstrukt dargestellt. Du hast gesagt, es gab gewisse Ereignisse. Da haben wir in anderen Interviews, könnt ihr auch noch mal schauen, schon mal drüber gesprochen, wie du zu dem Heiko Schrank geworden bist. Jetzt allerdings ist das Ding zehn Jahre lang aktuell. Das ist nicht zehn Jahre lang alt, das ist zehn Jahre lang aktuell. Und du hast versucht, Menschen damit aufzuklären, gewisse Muster auch zu zeigen, welche Parallelen, welche Bedeutungen kannst du quasi aus der heutigen Zeit und diesem Buch im Prinzip so in Verbindung bringen. Dass du den Menschen vielleicht Mut machst und zu sagen, diese, wir hatten es ja vorher schon im Gespräch, du sagst, das wiederholt sich ja immer wieder. Das sind ja immer die gleichen Muster. Kannst du noch da zwei, drei Beispiele bringen mit diesen gleichen Mustern? Also ich denke zum Beispiel Finanzierung der Nazis. Jetzt sagt Putin, in der Ukraine gibt es Nazis. Oh Gott, oh Gott, kann das sein? Ja klar, die Historie ist ja klar. Ich meine 2014 im Donbass hat der Krieg ja begonnen, wissen wir ja alle. Deswegen sind wir auf die Straße gegangen. Montags Mahnwachen ist ja auch Teil dieser ganzen Story. 2012 kam das Buch, 2014 kam erstmals Lars Mehrholz zu mir. Er hat gesagt, möchtest du eine Rede halten? Wo Ken Jebsen, wo sie alle noch da waren, Andreas Popp und so weiter. Und diese Leute haben mittlerweile das Land verlassen. Das ist schon erschreckend, was aus Deutschland geworden ist. Und da war es ja die Ukraine, wo wir erkannt haben, da haut ja irgendetwas nicht hin. Und die Medien haben ja gelogen, bis die Balken biegen. Du kennst es ja, NTV damals, legendär mit diesen Panzern. Einmarsch. Die Russen sind einmarschiert in die Ukraine und alle haben das aufgenommen. Dabei war das ein Bild aus Gori, hieß die Stadt, aus dem Kaukasus, aus dem Jahre 2008. Ist ja rausgekommen. Es war eine Bildfälschung. Wir haben uns da vergriffen, haben wir nicht gesehen. Ist aber ein DPA-Bild. Also bei DPA gehst du rein. Ja, du kennst das Spiel. Das haben wir ja jetzt in den letzten Monaten auch schon wiederholt gesehen. Also völlig aus einer fremden Zeit, aus einem fremden Land Bilder genommen wurden und irgendwie, sag mal, werden wir heute noch informiert oder ist es nur noch so, dass Emotionen uns um die Ohren gehauen werden? Also ich würde sagen, klar, es sind nur Emotionen auf jeden Fall, aber dass die Propaganda so einen Ausmaß annimmt, habe ich selber nie gedacht und deswegen hatte ich ja vor kurzem mal in einem Video von mir, in meinem Format, was dazu gesagt. Ich war mehr als erschrocken. Ich war auf dem Dachboden und finde einen alten Artikel, Gold-Seiten-Blog aus dem Jahre 2010 von mir und dieser Artikel hieß die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen. 2010. Dachte ich, das ist ja ein Ding. Da hast du das schon geschrieben. 2012 kam das Buch und dann habe ich auf einmal Revue passieren lassen. Wie war quasi die Welt und mein Leben 2012 und was ist seitdem passiert? Da bin ich in Ohnmacht gefallen. Da dachte ich, das ist ja unvorstellbar. Also 2014 gehen Leute noch auf die Straße, wie wir alle, ganz entspannt und sagen, okay, wir sind gegen den Ukraine-Krieg. Jetzt kommt Polizei und schlägt dich zusammen und wer auch immer, bloß weil du deine Meinung sagst, mit dem Grundgesetz rumrennst. Also quasi acht Jahre später, was hier eigentlich passiert ist. Und da hatten wir noch nicht den Syrien-Konflikt, der kam ja später erst, obwohl ich in dem Buch mehrere Kapitel geschrieben habe, wie Kriege inszeniert und finanziert werden. Also Libyen ist dort drinnen, Irak-Krieg 1, Irak-Krieg 2, Afghanistan ist dort drinnen, der Zweite Weltkrieg, der Erste Weltkrieg. Also da ist eine richtige Chronologie hintereinander, alle dieser ganzen Konflikte. Also wie gesagt, Syrien und die aktuellen Sachen sind natürlich nicht drin, aber es ist dasselbe Muster. Es sind dieselben Leute, die dahinter stecken, die gleichen Finanziers, die Großbanker. Nur der Unterschied zwischen damals und jetzt ist der, und jetzt kommt's, es ist ein Framing mittlerweile entwickelt worden. Da kann selbst, weiß ich nicht, ich will ja nicht irgendwelche Wörter sagen, sonst kommen sie sich gleich wieder verhaften. Weißt du, was ich meine? Ein Framing, wo du festgenagelt wirst, also ein Klartext. Als dieses Buch geschrieben worden ist, gab es das Wort Reichsbürger noch gar nicht. Das wurde einfach künstlich erschaffen im Zuge der Pegida-Sache hier in Dresden bei euch. Wutbürger gab es vorher auch nicht, wurde auch im Zuge der Pegida-Sache erschaffen. Verschwörungsideologen gab es eigentlich auch nicht. Ich bin ein rechter, wird man mich rechter Esoteriker. Findest du in gar keinem Duden nirgendwo. Aber wir haben also hintereinander Wörter entwickelt, um uns alle zu diffamieren. Klar, Corona-Leugner, Prükenversteher. Ja, genau. Also unglaublich. So geht es die ganze Zeit. Ja, und dieses Framing, das findet ja auch durch Wiederholungen statt. Also du hast gesagt, zum Beispiel damals 2014 mit der Krim-Situation, wird ja im Mainstream immer Annexion genannt. In Wirklichkeit war es eine Sezession. Und immer, auch jetzt noch nach acht Jahren später, immer wenn ich im Mainstream höre, Annexion, schüttelt es mich und sagt, ihr Lügner. Weil ich weiß, das war die Lüge. Krim-Annexion ist eine Lüge und lest mal bitte im Völkerrecht, was eine Annexion ist. Da gibt es nämlich eine Definition und was eine Sezession ist. Und da gibt es auch ein wunderbares Video vom OSZE-Beobachter Stadler. Der war nämlich damals auf der Krim. Der sollte im Prinzip für die OSZE-Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa im Prinzip die Wahl beobachten. Und hat festgestellt, das war eine ganz faire Wahl. Und er sollte seinen Bericht in der Schublade verschwinden lassen. Und dann hat er selber seine Pressekonferenz gegeben. Und so werden wir quasi geframed. Propaganda hat ja auch ganz viel mit Zensur zu tun. Was hat sich in den letzten zehn Jahren mit Zensur ereignet? Ohne Ende. Es wird ja alles zensiert. Ich muss mal kurz nochmal zurückkommen. Ich weiß, wenn ich es darf. 2003 ist nämlich so eine ähnliche Sache, die du gerade mit Krim erzählst und mit der Propaganda. 2003, Zweiter Irakkrieg, war es ja so. Ich habe damals gedacht, wenn die Leute es bis jetzt nicht erkennen, was hier abläuft, dann ist es vorbei. El Baraday, Scott Ritter waren Waffeninspekteure der UN. Und Hans Blix auch, diese drei. Und die haben damals festgestellt, es gibt dort keine Atomwaffen. Es gibt keine chemischen und biologischen Labore. Das muss man sich mal vorstellen. Und trotzdem wurde ohne UN-Mandat, weil der erste Golfkrieg 1991 war mit UN-Mandat, wurde einfach die Koalition der Willigin unter George Bush damals mit seinem Schoßhündchen Tony Blair, sind die einfach eingeritten. Das ist ja Wahnsinn. Also ein völkerrechtswidriger Krieg, rennen die los. So, und wo will ich damit sagen, danach kommt raus, dass die belogen worden sind, weil ja damals Colin Powell, das ist ja legendär, du kennst das, vor der UN gesagt hat. Und dieses Foto hochgehalten hat. Hallo, wir haben Belege, die Labore sind da und da. Hat später selber ja gesagt, war eine große Lüge. Der Mann ist ja mittlerweile tot. Aber ist egal, sie sind jetzt da. Also ich will damit nur sagen, das muss das immer dasselbe Propaganda lügen. Soldaten werden verheizt für eine angeblich gute Sache. Und danach wird das Land wirklich übernommen, die Wohnschätze und so weiter. Das gleiche Prinzip läuft jetzt auch ab. Und jetzt will man nach Russland. Ja, ja, wir haben es im Iran ja auch gehabt. Ständig war von der Atomwaffenkontrollkommission Prüfer unterwegs in der Atomkraftwerke. Und ständig wurden trotzdem von der USA Unterstellungen gemacht, obwohl die Prüfer dort waren, dass das alles nicht stimmt. Dann sage ich, was prüfen die Prüfer, wenn sie nicht prüfen. Und vor allen Dingen, wer prüft die Prüfer, beziehungsweise wer prüft diejenigen in der USA, die das einfach so kraftklos, suppe von ihrem Sofa aus behaupten. Ja, und keinerlei Beleg, keine Quelle, kein Beweis, nichts vorlegen. Und dann aber möglicherweise Leute in den Krieg führen, weil die USA ja ständig auch völkerrechtswidrig in anderen Ländern Kriege führt. Was sind eigentlich, wo ist mir eigentlich angekommen, westliche Werte? Der Westen führt uns doch gerade vor, dass man ohne Gerichtsprozess, ohne eine nachgewiesene Schuld einfach mal so enteignet werden kann. Und alle klatschen, sie beifall. Ja, klar. Aber da sind wir bei dem Punkt, jetzt nicht falsch verstehen, Alex. Ich habe ja damals begonnen damit, mit Erkennen, Erwachen, Verändern. Ich habe immer gesagt, Erkennen, Erwachen, Verändern. Ich weiß, dass viele Leute sagen, danke Heiko, hat mein Weltbild massiv verändert. Aber ich bin der Meinung, es ist alles schon gesagt worden, wirklich. Mir geht es auch nicht darum zu sagen, holt euch das Buch, die neuer nicht haben. Es geht überhaupt nicht darum. Es geht darum, dass wir vom Erkennen endlich mal weiterkommen zum Erwachen und zum Verändern in unserem Leben. Ich habe erkannt über die letzten Jahre, dass viele, gerade auch aus unserer Szene, teilweise krank sind, nervenkrank und auch körperlich, psychisch krank, weil die Sachen sie fertig gemacht haben. Es ist wirklich nicht so einfach, wenn du erkennst, wie groß die Lüge ist und um dich herum Freunde, Bekannte, Familienmitglieder sich von dir lossagen. Da brauchst du schon eine starke Persönlichkeit, einen starken Charakter, um das durchhalten zu können. Und da ist der Punkt. Ich weiß nicht, ob du den starken Charakter brauchst. Du brauchst auf jeden Fall auch die Stärke, den Ausgleich zu suchen. Weil die Stärke allein hört sich für mich an wie so Kampf, ich muss noch stärker, noch stärker. Sondern normalerweise die wirkliche Stärke ist zu sagen, okay, ich lasse das auf mich wirken, ich ziehe mich jetzt zurück. Alles, was mich gut tut, was mich auch wieder stärkt, was mich wieder nähert, um dann quasi an der Stelle wieder weiterzumachen und nicht zu zerbrechen. Oder wie würdest du das machen? Na, ich sage immer, das Sichtbare ist das Unsichtbare und Unsichtbare sind unsere Gedanken. Alles um uns herum, Tischdecke, Beleuchtung, Glas, war irgendwann mal ein Gedanke. Einstein sagte, es ist nichts weiter als geronnene Energie, was wir als Materie bezeichnen. Interessant fand ich auch nur wieder in all meinen Büchern. Und wenn man jetzt medial das auch sieht, hat man mich festgenagelt immer an politischen Themen. Aber ich nehme jetzt mal nur dieses erste Buch. Und wenn du Leute fragst oder im Internet recherchierst, werden sie immer nur sagen, ja, das ist ein Verschwörungsbuch, also die Gegner von mir. Interessant ist aber, dass hier ganz groß steht, wie du siehst, Teil 2. Also wie die Bibel, Neues und Altes Testament, okay? Also Altes und Neues heißt das ja da eigentlich. Und im Teil 2 steht drin, universelle Gesetzmäßigkeiten, Kausalitätsgesetz, Resonanzgesetz. Also das heißt, warum lernst du eigentlich immer die gleichen Typen kennen? Mein Vater war Alkoholiker und jetzt lerne ich auch nur Alkoholiker. Warum eigentlich? Was hat das mit Resonanz im Leben zu tun? Gesetz von Karma. Was ist ein Karma? Für die Politiker vielleicht mal ganz interessant. Wo die Staatsdiener, die die ganze Zeit uns verraten und verkaufen hier in diesem Land, sollten wir das Gesetz Karma lesen. Der Kampf haben wir gerade drüber gesprochen. Der Tod nach dem Leben. Also quasi geht es darum, Reinkarnationsgesetz. Die Ursache für zwischenmenschliche Konflikte haben wir gerade drüber gesprochen. Die Angst, die Schuld. Die Lebensaufgabe, die macht dir ein Tool. Also auf gut Deutsch. Die Hälfte dieses Buches geht es um tiefspirituelle Fragen. Aber ich frage mich immer wieder, haben denn die Leute das nicht gelesen? Ja, aber diese spirituellen Fragen, die sind also selbst in der Diskussion. Du sprichst ja auch mit Leuten über alle möglichen Themen. Und irgendwann kommt man immer an den Punkt, wie kann ich damit umgehen? Und das sind ja diese Fragen. Das sind universelle Gesetze. Und der Unterschied ist jetzt der, die waren schon immer da und werden immer da sein. Weil das einfach mal die Gesetzmäßigkeit ist an sich. Das heißt ja, universelle Gesetzmäßigkeiten. Und wenn du dich jetzt unterhältst mit Leuten und fragst, wer war Wirtschaftsminister? 1960, 1970 interessiert keinen Menschen. Kommen und gehen. Aber die Menschen kommen und gehen. Ich sage mal, Politiker kommen und gehen. Und wer bleibt, sind die Menschen. Aber wir wissen, wer Gandhi ist. Wir wissen, wer Jesus ist. Wir wissen, wer Buddha ist. Nicht persönlich, weil wir mit dem jetzt nicht ein Bier getrunken haben. Aber trotzdem wissen wir etwas und die lernen, die werden weiterhin da sein. Und darum geht es. Genau. Und das heißt auch im Zeichen der Wahrheit, es geht um die Suche nach der Wahrheit. Und ich habe Jim Rohn. Er sagt vielleicht viel nichts, aber der hatte mich sehr inspiriert. Und er hat gesagt, die Wahrheit ist schon immer wahr. Aber demzufolge ist die Wahrheit nicht neu. Die Wahrheit ist alt. Du kannst auch keine Antiquitäten herstellen. Und deswegen gibt es Gesetzmäßigkeiten, die immer wahr sind. Jetzt können wir aber heute in dieser Zeit verschiedene Handlungsstränge und verschiedene Kräfte natürlich auch einordnen, in welche Richtung die gehen. Also ich will gerne in Richtung Wahrheit, Sicherheit, Liebe, Freiheit, Gesundheit, Selbstverantwortung, Lebensfreude, Frieden. Das sind so, wo ich gerne hin will. Ja, offensichtlich gibt es da aber Kräfte, die mit Zensur, mit Framing, mit, 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 mit uns alle in eine andere Richtung schieben wollen. Insofern ist ohnehin die Frage, wie es weitergeht, wer sich durchsetzen kann. Ich sage bewusst nicht Kampf, sondern die Frage ist, wie schätzt du das ein, wo die Reise hingeht? Wie sind die Chancen? Naja, ich sage mal, die Dunkelheit ist einfach nur die Träger des Lichtes. Also wenn man immer über Dunkelkräfte redet und über satanische Sachen, im Endeffekt ist es so, du nimmst einen Raum, einen dunklen Raum und machst den Rollladen hoch, sage ich mal, sofort ist der Raum hell. Also das Licht transmutiert die Dunkelheit in Licht. Also ich will damit nur sagen, alle großen Weisheitslehrer wussten es, es gibt nur eine Wahrheit, es gibt nicht Wahrheiten und es gibt nur ein Licht, wo man es vielleicht anders rüber zu bringen. Das ist der Konflikt der Menschen oder umgedreht, nehmen wir mal ein Beispiel für die Leute nochmal. Der wäre total hell, du hast das so wie jetzt hier, Licht alles an und du machst die gleiche Rolle hin, aber runter, dass also kein Sonnenlicht reinkommt, ist es trotzdem hell. So, aber was die Leute nicht wissen, ist eins, das ist etwas komplexer, die ganze Thematik, stell dir ein Prisma vor. Du als ehemaliger Fotograf weißt es ja. Ja, also weißes Licht, was dann in seine Bestandteile zerlegt wird. Genau, ein weißes Licht, also das Licht, sage ich mal, fällt dort ein und zerfällt in diverse Bestandteile, in andere. Also wie ein Regenbogen, ne? Wie ein Regenbogen, in andere Farmen und jetzt wird es spannend. Und jetzt sagst du, ich bin der grüne Lichtstrahl, ich bin der rote, aber der rote ist doch schöner als der grüne und wir beide streiten uns. Aber im Endeffekt sind wir Teil von diesem einen Lichtstrahl. Dieser eine Lichtstrahl nennt man in der Religion Gott. Okay? Aber dieses Wort ist pervertiert. Das heißt, wir leben in der Dualität, in der Zweiheit, in dem wir uns nicht mehr als die Einheit erfahren können. Verstehst du? Wir haben keinen Kontakt mehr zu diesem Licht, weil wir ja gefallen sind. In der Bibel redet man vom Sündenfall aus dem Paradies. Adam-Eva sprach von Baum der Erkenntnis zwischen Gut und Böse. Also so muss ich das vorstellen. Vorher gab es aber einen Zustand, den nannte man Einheit. Und ich bin immer mehr in der letzten Zeit mit diesen Themen konfrontiert, befasse mich damit, weil ich merke, dass die Sachen dich freier machen, als, nicht falsch verstehen, zu sagen, Putin das, Putin da, weil die Masse um uns herum leider extrem manipuliert ist. Sie wird sich auch nicht verändern. Den kannst du tausend Beispiele bringen, wie das in der Krim abgelaufen ist. Das interessiert sie nicht. Die wollen das einfach nicht hören, weil wir alle so schon, oder viele von uns, Themen haben, denen man sich gerne stellt und andere Themen, denen man gerne aus dem Weg geht. Ich würde es mal einfach so beschreiben. Aber was mir gerade bei der Dualität aufgefallen ist, ist diese Frage, also wir sind alle quasi Bestandteil des eigentlichen weißen Lichtes. Genau. Allerdings sind wir sequenziert, der eine ein bisschen mehr da, der andere ein bisschen mehr da und denken, wir wären in einer Dualität, also wir wären unterschiedlicher, obwohl wir in Wirklichkeit die gleiche Wurzel haben. Wir können es aber nicht erfahren, das klingt zwar alle toll, ich weiß selber, so metaphysisch sagt man ja, okay, ist toll, trotzdem, wenn wir in dieser Dualität leben, die Dualität zwischen Mann, Frau, Hell, Dunkel, nehmen wir ja nachweislich wahr, obwohl wir trotzdem Teil dieses ein Lichtes sind, okay? Ja, ja, klar. Aber es ist wichtig, das im Hintergrund trotzdem zu behalten, weil wenn du das hast, lebst du eher entspannter und bist nicht so... Weißt du, das erinnert mich jetzt, das ist auch überhaupt nicht geplant, das geht ja auch immer in diese Diskussion. Also das eine sind ja die sogenannten Impfbefürworter und die anderen die Impfverweigerer. Das ist ja auch eine Art von Dualität. Und jetzt fangen die an, mit tausend Argumenten sich gegenseitig um die Ohren zu hauen und dadurch werden die Gräben und die Entfernung nur noch größer. Und ich habe dann immer gesagt, wisst ihr, vielleicht sollte man an den Werten anfangen. Und viele Leute wissen jetzt gar nicht, was ein Wert überhaupt ist. Also wenn wir mal von diesen ganzen Oberflächlichkeiten weggehen, denke ich, dass beide, beide wollen gern gesund sein und haben Angst vor Krankheit. So, das ist doch das, was die vereint. Bloß der eine hat halt Informationen, der denkt, der Virus ist schlimmer und die Impfung ist harmlos. Und der andere denkt, der Virus ist harmlos und die Impfung ist schlimmer. Aber in Wirklichkeit, was uns verbindet, ist das Ziel, gesund zu sein und Krankheit zu vermeiden. Das ist das mit diesem weißen Strahl auch und der dann quasi geteilt wird. Wie können Menschen zusammenfinden? Also gut formuliert, im Endeffekt ist es so wie mit dieser Mauer. Du stehst auf beide Seiten, der eine drückt in die Richtung, der andere in die, aber eigentlich bedingen die sich miteinander. Und die, ich sag mal, die sogenannten Antifa-Typen, Linken, wie sie heißen, oder die uns immer angreifen in ihren Kommentaren. Und der Mainstream, die müssen eigentlich jeden Tag kommen mit einer Flasche Moyet und müssen sich bedanken. Weil wenn wir nicht da wären, wären die ja nicht da. Also du verschwindest ja automatisch, weil das ist ja die Polarität. Also wenn ich jetzt nicht die hätte im Kampf gegen rechts, noch eine Milliarde gegen rechts. Das heißt, wir müssen mehr machen. Dann stellen wir vor, andere wäre nicht voran. Der Gegenpol. Also auf gut Deutsch. Die Kirche braucht Gott. Aber die Frage ist, braucht Gott auch die Kirche? So. Und das ist der entscheidende Zustand. Das heißt also, wir müssen uns sagen, okay, konzentriert euch auf das, was euch verbindet miteinander. Und einfach sagen, nicht, was euch trennt. Richtig. Das ist einfach die Grundbotschaft. Und dann sehe ich, als Hauptbegriff über allem steht immer die Angst. Diese beiden Typen, die du gerade erklärt hast, trotz alledem, also Impfbefürworter, Impfgegner, trotzdem steht bei beiden die Überschrift Angst. Angst ist das Gegenteil von Liebe. Letztendlich, Liebe ist ohnehin ein Wort, den keiner nachvollziehen kann, weil es ist die bedingungslose Liebe. Ja? Bedingungslos. Und das ist immer kurios. Selbst die Leute, die sagen, hey, ich bin ja ein Gottgläubig, aber ich kenne keinen, habe noch keinen erlebt, der sagt, also ich möchte, dass Gott nur mich liebt. Nee, nee. Aber alle gehen davon aus, Gott, ist klar, liebt alle. Das ist ja eigentlich der schlimmste Fremde, den es gibt. Das ist ja unter aller Sau. Der liebt alle, aber jetzt in den Partnerschaften bei uns Menschen, es wird wieder umgedreht, dass ich sage, Moment mal, wenn der mir jetzt untreu ist, dann liebt er mich ja nicht mehr. Also ich will damit nur sagen, das ist so komplex, das Thema, dass wir in der Dualität das nicht erfahren können. Das sage ich einfach mal ganz frech. Du kannst versuchen, dich der Sache ranzunähern, aber wir sind immer im Konflikt, jederzeit. Weil du kannst nicht nur einatmen, du musst auch ausatmen. Das ist einfach nur ein Rhythmus. Wir wollen aber nur einatmen oder nur ausatmen. Und dazwischen entsteht ein Konflikt. Das heißt, beide Seiten gehören dazu. Wenn ich eine Sache bekämpfe, mache ich die andere Sache größer. So wie Dahlke immer spricht vom Schatten. Der Schatten wird immer größer. Beachtung bringt Verstärkung, je mehr ich mich auch mit... Ja, genau. Und Nichtbeachtung bringt Befreiung. Aber Nichtbeachtung bringt ja wahrscheinlich keine Erkenntnis. Und ich denke, man müsste da ein gutes Mittel finden. Dass man sich den Wahnsinn in der Welt sehr wohl anschaut. Den thematisierst du ja auch. Aber auch gleichzeitig sagst du, okay, ich lasse mich da nicht völlig reinziehen. Ich will in der Liebe bleiben und ich möchte auch mich mit anderen Themen beschäftigen. Und letztlich hat jeder von uns ein gutes Leben geführt, indem er sich jeden Tag auch eine Freude bereitet hat. Und hier und jetzt in dem Moment, da ist ja im Endeffekt alles vorhanden. Also wenn du als Beispiel, ich war jetzt am Teich gestern, habe ich ein Bild geschossen von diesen drei wunderschönen Seerosen, die ich wirklich bewundere. In dem Moment, wenn du das aufnimmst, dein Herz eröffnet, die Schönheit. Ich mag die wirklich sehr. Seerosen von der Form, da kannst du ja nichts anderes mehr denken. Da denkst du jetzt nicht, hat jetzt Putin das? Was passiert jetzt gerade mit dem Benzinpreis? Das ist nicht machbar. Und wenn Leute vernünftigen Sex haben, ich spreche nicht nicht dieses pervertierte Wort Sex, sondern Tatsache, wo Seelenpartner, die auf einer gewissen Seelenebene miteinander verbunden sind, wenn die verschmelzt sind, das ist ja was ganz anderes als irgendwelche körperliche Erfahrungen, sondern die werden dir sagen, die Erfahrung ist nicht von dieser Welt. Und so muss man sich das vorstellen. Und da sagt auch keiner in dem Moment, sag ich mal, des Verschmelzens, das ist übrigens der einzige Punkt, wenn ich es immer sagen darf, wo wir dieser sogenannten Einheit, diesem Licht, von dem wir gerade sprachen, ins Prisma, am nächsten kommen. Deswegen wird so ein Gehwese der Sexualität gemacht, natürlich so ein Gehwese, dessen man nicht erklärt, dass es ein Ritual ist, zum Beispiel zur Sommersonnenwende, warum da teilweise Gotteskinder, hochspirituelle Kinder gezeugt worden sind. In dem Fall von hohen Meistern, die eigentlich nie Sex hatten, aber an diesem Tag wurde eine Vereinigung gefunden, damals auch bei den Germanen, das wurde einfach mal pervertiert mittlerweile. Also am besten brauchst du ja gar keinen Partner mehr, weil du das über Cyber-mäßig über irgendwelche virtuellen Sachen so machen kannst. Ja, also wenn wir da irgendwann die Schnittstelle haben, die unser Denken, unser Fühlen und so weiter uns wie ein Video vorspielen. Da soll es doch hin, da sind sie doch dabei. Also ist das nicht ab der Realität. Also Friedrich Krüger, den ich sehr schätze, der hat ja diese Mega-Doku gemacht über diesen Transhumanismus. Das ist mir selber ganz schlecht geworden. Wie weit die mittlerweile sind, das ist wirklich das Ziel. Die Menschen so voneinander abzudividieren, dass die eigentlich nur noch so halb Cyber und halb Mensch sind. Und das ist wirklich das Ziel. Da sind sie ja gerade dabei. Ja gut, da fühle ich mich natürlich nochmal, ich habe mir vor ein paar Tagen nochmal ganz bewusst die Matrix angeschaut. Also Matrix 1 quasi der Mensch als Maschine, als Ressource, als Erfüllungsgerät für wer auch immer den programmiert. Genau. Aber kein Mensch mehr in der Definition, wie wir Mensch definieren würden. Dem gilt es natürlich, man kann es nicht ignorieren, weil wir wissen, in die Richtung gibt es gewisse Bestrebungen. Ich persönlich will da nicht hin. Und ich komme nochmal zurück auf diese Frage. Wie wir damit umgehen, dass es gewisse Gesetze gibt, die uns auch Orientierung geben können, das kann man ja deinem Buch auch gut entnehmen. Und trotzdem, wie gesagt, es sind ja verschiedene Strömungen, die aufeinandertreffen. Ist es noch immer so, weil es heißt ja Erkennen, Erwachen, Verändern. Erkennen ist die Aufklärung. Da wollen wir einen Beitrag dazu leisten. Erwachen ist auch sicher dann die Folge, beziehungsweise wollen wir auch einen Beitrag dazu leisten. Aber das Verändern, das fängt ja jetzt bei mir persönlich an. Ich muss ja selber was tun. Ich muss selber was unterlassen. Ich kann ja nicht so weitermachen. Und Einstein hat es ja schon gesagt, der größte Wahnsinn ist der, der immer das Gleiche tut, aber ein anderes Resultat erwartet. Genau, Veränderung beginnt bei jedem Einzelnen. Das ist das Problem ja, dass die meisten immer im Außen Veränderungen brauchen. Der Politiker soll das machen, mein Chef soll das machen, mein Partner soll das machen. Ich selber brauche mich immer nicht verändern. Aber nur so geht es letztendlich im Leben, wenn du anfängst an einer Drechselbank. Ich weiß, junge Leute, das ist ein bisschen ein schwerer Vergleich, aber könnte mal gut, wenn man eine Drechselbank ist. Du kennst es noch, wenn du bei der Einstellung vorne nur um zwei Millimeter eine Veränderung einstellst, kommt am Ende eine andere Form raus. Das ist ja nicht so, ich verändere mich heute mit einer bestimmten Sache und morgen ist alles anders. Das sind aktuelle Beispiele per gestern. Bei mir war ein Rollladen kaputt am Haus und da kam ein Handwerker. Wir kommen irgendwie ins Gespräch, ein Wort ins andere und irgendwie so wie immer, wie es ist. Und dann sagt er, ja, mich kotzt das an und die Politik, schlimm. Also ist so auf unserer Seite, könnte man sagen. Da kam ein wichtiger Satz. Das hat ihn so fertig gemacht, dass er nächtelang nicht mehr schlafen konnte, fast Depression hatte über diese Lügen, die, deswegen sage ich es, das muss man beim Thema erkennen, erwachen. Er ist also erwacht, kam aber mit dem Erwachen nicht mehr klar, weil Licht so doll war. Und er sagt, Herr Schrank, seit ungefähr zwei Wochen gucke ich wirklich kein Fernsehen. Jan Stolzer, willkommen im Club, ich machte zehn Jahre nicht Fernsehen gucken. Und ich fühle mich seitdem besser und kann besser schlafen. Das meine ich mit einer kleinen Veränderung. Es bringt uns aber nicht weiter, wenn wir darüber mal reden und abends trotzdem Telegram formen, zu Bett gehen, jede negative Meldung. Aber wir sind ja was besseres. Wir gucken ja Telegram. Wir gucken ja kein Mainstream. Aber das ist die andere Seite der gleichen Medaille wieder. Ja, ja. Aber ist es nicht so, dass wir dann durch dieses zu viel Außen auch komplett den Kontakt zu unserem eigenen Leben, zu unserem eigenen Empfinden verlieren? Weil ich habe mal gelernt, man kann ja nur einen Gedanken und ein Gefühl gleichzeitig haben. In dem Moment, wo ich mir eine Katastrophe anschaue und mit den Leuten leider, die jetzt hier, was weiß ich, schreckliche Dinge erleben, in dem Moment fühle ich mich doch nicht wohl. Da muss ich bloß mal fragen, was hat das eigentlich mit deinem Leben zu tun? Ja, gar nichts. Naja. Aber wenn ich jetzt gerade zu Hause sitze als Beispiel und mir die Lotusblumen angucke oder meine Kinder wirklich mal anschaue und nicht für die Leute, die mittlerweile, wenn ich jetzt sehe, auf der Straße mit Hund und Kind spazieren gehen, Kinderwagen machen so. Überleg mal, was das Kind denken muss. Die Aufmerksamkeit gebe ich dem Kind ja gar nicht, sondern irgendeinen fährigen Teil in der Hand. Na gut, ich habe da schon mal für die Mutti mitgedacht vor einem Zebrastreifel und kräftig gebremst, weil die dann einfach so schieben. Na ja, klar. Aber okay, jetzt lassen wir das mal. Das heißt, es geht um Seelenfrieden. Es geht auch um die eigene Mitte zu behalten. Es geht auch darum, sich nicht verrückt machen zu lassen. Und Gedanken formen ja auch die Zukunft. Das heißt, wir sind aufgerufen, an unserer Hoffnung, an unserer Freude, an einer besseren Zukunft auch zu arbeiten, dass das im Bewusstsein möglichst viel Platz einnimmt. Ich möchte noch eine Sache zum Schluss sagen, was mir sehr wichtig ist. Das ist so wie aus dem Nähkästchen geplaudert. Und das ist der Beweis auch für alle anderen Zuschauer, wenn ihr mal testet, dass ihr euch mit positiven Dingen auseinandersetzt. Bei mir war es damals so, ich habe angefangen zu schreiben, ein Buch unter anderem über, wie die D-Mark verraten worden ist, denn hier Irakkrieg, was ich sagte, Nazi und so weiter. Und meine Laune wurde immer schlechter, weil bei mir ist es so, wie so ein Schausch-Kennedy-Attentat. Alle, hier stehen die ganzen, die Namen der ganzen 100 Leute sind es. Die angeblich gestorben sind, auf mysteriöse Art und Weise, nur im Kennedy-Fall. Und bei mir war das so, ich habe körperliche Symptome auch gehabt, konnte schlecht schlafen. Meine Sekretärin damals sagte, du bist aggressiv, was ist mit dir los? Und dann hat sie gesagt, du wolltest doch über spirituelle Sachen schreiben. Da wollte ich jetzt hinaus. Ja, was willst du damit sagen? Befass dich heute einmal damit. Und morgen fangen wir mal an mit den Resonanzen, was du so erzählt hast. Das habe ich gemacht. War super gut drauf. Wir haben uns toll verstanden im Büro. Auf der Straße haben mich Leute angegrinst. Also du musst eine andere Ausstrahlung dann bekommen von innen. Du sitzt im Auto und denkst ja kreativ und sagst, wie schreibe ich denn heute mein Kapitel weiter? Also jetzt nicht wieder Mord, Totschlag, wie ist jetzt Barschel umgebracht worden? Was haben sie in der Badewanne mit ihm genau gemacht? Das heißt, du hast dich einfach positiv programmiert. Und das ist, glaube ich, unheimlich wichtig, auch für die Leute. Weil du kannst es sofort ja merken, ist ja nicht jetzt irgendein theoretisches Gebilde. Ja, und du hast dich sicher auch schon mal mit dieser germanischen Medizin oder dieser von Hammer. Ja, genau, beschäftigt. Das hält ja auch gesund. Also negative Gedanken, die uns bedrücken, die uns vielleicht sogar in ein Trauma versetzen, die können uns krank machen. Ja, und man kann das auflösen. Wir haben erst ein ganz interessantes Folgeinterview nochmal mit dem Stefan Langkarr geführt, der eben auch da, wie soll ich sagen, mit seiner ganzen Aufmerksamkeit hinschaut auf diese Zusammenhänge. und der sagte, das sicherste Zeichen, dass du ein Trauma überwunden hast und dass es dann auch keine Folgeschäden mehr bei dir macht, ist, dass du drüber lachen kannst. Wollen wir mal so was machen, dass wir mal so einen Fernsehabend machen, uns die Tagesthemen anschauen und uns nachher total auf dem Boden kaputt gelacht haben über den Quatsch, was die uns erzählen? Das ist interessant, was du sagst, weil eine andere Betrachtungsweise ist, heute hattet ihr nicht so viel zu lachen, aber wir arbeiten dran. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, du bist nicht auf der Durchreise, viele schöne Erlebnisse, dort wo es jetzt hingeht und gerne wieder. Danke, mein lieber Alex, schön, dass ich da sein durfte bei euch. Dankeschön. Alles Gute für euch auch, danke. Tschüss. Danke. Tschüss. 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 Vielen Dank.